Die Optik der WordPress-Webseite oder des WooCommerce-Shops ohne CSS bearbeiten, Buttons definieren, überall auf der Webseite verwenden und das Ganze sogar ohne Elementor, ohne WP-Bakery oder andere Page-Builder und das mit zentralen Vorlagen und wirklich ohne jegliche CSS-Kenntnisse. Das Ganze geht extrem einfach, man kann Effekte anwenden und und und. Ich zeige es gleich live im Hintergrund, wie man wirklich seine Webseite optisch verschönern kann, Elemente sogar zentral bearbeiten kann, zum Beispiel alle Überschriften sollen jetzt so aussehen, alle Buttons sollen jetzt so aussehen. Also die Funktion, die eigentlich ein Theme übernehmen sollte, kann ich zusätzlich nochmal separat, komplett unabhängig vom Theme, vom Template, was ich nehme, vom Layout, unabhängig davon, selbst einrichten und halt auch nochmal Einzel-Elemente einfach im Frontend von der Webseite bearbeiten und das geht ganz, ganz einfach. Nicht umsonst ist dieses Plugin, was ich hier vorstelle, einer der absoluten Bestseller bei CodeCanyon, bei dem weltweit größten Markt für Plugins, Themes und alles drumherum und ist es auf jeden Fall kompatibel mit jeder WordPress und WooCommerce-Installation, die sauber aufgesetzt ist. Und wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt. Ich mache mich erstmal hier klein so und dann seht ihr jetzt auch schon im Hintergrund, dass man entsprechend einfach Sachen hier anwählen kann. Ich habe das Plugin installiert, hier ist es eine Live-Demo und ich sehe halt entsprechend, in welchem Template ich mich befinde und ich habe die Möglichkeit, hier oben rüber, das Fenster kann man auch verschieben, jetzt einfach Elemente hintereinander weg auszuwählen. Zum Beispiel, er erkennt automatisch, dass seine Überschriften, Heading, wer ein bisschen HTML kann, weiß, es gibt H1 bis H6 und erkennt das automatisch und dann kann ich einfach sagen, ich schiebe mich mal da hin oder in die Mitte, so und dann kann ich einfach sagen, okay, das ist ein Text, das ist ein Heading und ich möchte die Farbe aber anpassen. Die soll überall so sein. Ihr seht, es verändert sich live und das zählt dann für alle Headings, wenn ich das so möchte. Dann kann ich sagen, eine Decoration möchte ich dazwischen haben und ich möchte auch, ich mache es mal ein bisschen kitschig einfach und ich möchte das Ganze als Überschrift stylen. Ich mache es jetzt wirklich übertreibst man einfach, damit ihr einfach seht, wie das Ganze aussehen kann. Ich kann sogar hier die Schrift in entsprechende Spalten trennen, also auch ganz verrückte Sachen kann man damit machen und ich gehe weiter durch, ich kann den Hintergrund natürlich noch anpassen, kann hier die Farbe auf gelb machen. Wie gesagt, das sieht jetzt nicht schön aus, ich möchte euch einfach die Funktion zeigen und wie einfach das Ganze ist und wie schnell ihr dann wirklich eure Webseite bearbeiten könnt und vor allem, dass wir alle Elemente dann entsprechend auch übertragen könnt. Mit einem schönen Schatten haben wir eh schon, Blurradius machen wir auch nochmal, übertreiben wir es mal richtig, so und wir können auch sagen, dass wir Animationen haben wollen, Push, so und dann können wir sagen, wie schnell oder wie langsam die geht, ich mache jetzt etwas langsamer, das ist auch schön, kann ich Filter machen, ich kann das Ganze aufblüren, ich kann es schwarz-weiß machen, ich kann es invertieren, Sepia und und und, ich kann es heller machen, also auch das ist alles hier mit sehr, sehr coolen Effekten möglich. Extras habe ich noch, das ist jetzt so ein bisschen, geht sehr in die Technik rein, aber ich kann zum Beispiel sagen, was passiert, wenn ich mit der Maus drüber fahre, ja, dann habe ich hier zum Beispiel jetzt den, das kann ich jetzt gerade nicht simulieren, aber zum Beispiel das Hilfesymbol und 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 das kann ich natürlich mit allen Elementen hier so machen, ich gehe mal einfach weiter, ich finde der Button hier, der gefällt mir nicht, also nehme ich den Button und sage, der Button soll jetzt auch entsprechend mit der Farbe sein und der Button soll einen Hintergrund haben, in der Farbe und ja, ich kann jetzt einfach halt bearbeiten, ich denke, das ist klar, die Möglichkeit ist halt, dass ich die Schrift bearbeiten kann, Farben, ich kann die Größen verändern, ich kann das Ganze halt überschreiben, ohne dass ich ins CSS rein muss, ohne dass ich vom Theme, von Plugins abhängig bin und ich kann wirklich die gesamte Seite einfach so durchgehen und hier unten sieht man das vielleicht, ich verschiebe mich nochmal gerade hier, in welcher HTML-Region ich mich befinde, das heißt auch hier hat man so einen Baum und kann letzten Endes sehen, wie ich mich bewege, zum Beispiel kann ich auch Spalteneinstellungen komplett manipulieren, was auch ganz interessant sein kann, das Padding einer von allen Spalten zu verändern. Ist auch gefährlich, man kann dadurch sehr, sehr viel kaputt machen, aber es ist wirklich sehr, sehr einfach, hier rüber dann entsprechend wirklich die Elemente im Style per CSS zu verändern. Hier sieht man das Ganze, was jetzt in den paar Sekunden passiert ist, was ich gemacht habe und man kann das Ganze halt hier auch nochmal entsprechend selber, wenn man ein bisschen CSS kann, hinterlegen. Responsive Mode, auch sehr praktisch, kann ich sofort entsprechend hier schauen, wie sieht es auf anderen Geräten aus, kann da nochmal gucken und ich habe die Möglichkeit, dass diese Animationen entsprechend auch hier nochmal laufen zu lassen, das heißt, wenn ich jetzt eine Website habe mit vielen Animationen, weil ich diese Spielerei gerne haben möchte, dann ist das halt sehr, sehr schön auch hiermit simulierbar. Den Link zu dem Plugin findet ihr wie immer unter dem Video, es ist wirklich sehr, sehr einfach anzuwenden, es kostet 26 Dollar, da kommen oder 2 Dollar Gebühr und dann habt ihr wirklich eins der Bestseller-Plugins, die es wirklich hier gibt. Auch hier wieder, worauf sollte man achten, Elite-Autor, gibt es seit 2015, letztes Update vor unter einem Monat und letzten Endes auch die 28.121 Sales aktuell, also Verkäufe, geben dem Ganzen recht. Super Support dahinter, die Bewertungen sind auch klasse und ihr habt einfach die Möglichkeit, wirklich eure Webseite richtig, richtig schön zu machen, ohne CSS können zu müssen und das macht es wirklich für viele einfacher. Die Funktion habe ich euch gezeigt, wenn ihr das auch nochmal selber testen wollt, geht einfach hier auf Live Preview und könnt dann Try-Live-Demo hinterlegen, draufklicken und dann halt eure CSS-Sachen hier hinterlegen und mal testen. Also wirklich sehr, sehr einfach und für 28 Dollar ein absolutes Must-Have für die, die CSS nicht können und die selbst den Style ihrer Webseite ein wenig bearbeiten möchten. Das soll es von mir gewesen sein, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr einfach auch eure Webseite aufhübschen möchtet, aber kommt nicht weiter, dann meldet euch gerne bei mir, dann können wir gerne ein Beratungstermin vereinbaren und über www.floranube.de kann ich euch dann auch entsprechend weiterhelfen über eine Beratung oder als Einzelleistung, dass ich für euch Sachen verändere, das ist gar kein Problem und bevor ihr teilweise mehrere Stunden braucht oder verzweifelt an einem Problem, meldet euch einfach bei mir oder wenn ihr auch eine Webseite aufbauen wollt, seid euch aber unsicher, braucht vielleicht vorher eine Beratung, was sind die richtigen Plugins, was ist das richtige Theme, brauche ich hier das Yellow Pencil Plugin, was gibt es für andere Möglichkeiten. Bevor ihr halt viele Stunden etwas Falsches investiert, bucht gerne eine Beratungstunde bei mir, wir gehen gemeinsam euren Fall durch, eure Anforderungen und können dann überlegen, was ist der richtige Weg, ist sauber von vornherein aufzusetzen und da halt einfach Zeit, Geld, Kosten und natürlich auch Mühe sowie Kopfschmerzen zu verhindern oder zu minimieren. Dementsprechend meldet euch gerne bei mir www.floranube.de, das soll es von mir von diesem Video gewesen sein. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Yellow Pencil schon nutzt oder ab sofort nutzt und wie ihr dieses Plugin findet und gerne auch mit dazu, welches Theme nutzt, ob es kompatibel ist, ob es Probleme gibt, denn das würde mich brennend interessieren und ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Musik 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 Musik